Guten Abend meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich hier in Hohenheim sein darf. Vielen Dank für die Einladung, auch an die LAG. Und wenn ich hier studieren würde, würde ich LAG wählen, weil das war hier. Also insofern meine Empfehlung natürlich hier, die Liberalen hier zu unterstützen, ist ganz wichtig, dass hier auch eine liberale Pflanze weiter gedeihen kann. Ich habe eine Verbundenheit mit dieser Hochschule, mein Vater, der heute hier ist, hat hier studiert. Also insofern freut es mich auch, dass ich hier einmal sprechen darf. Eine große Ehre für mich. Ich will Ihnen heute eigentlich zwei Dinge im Wesentlichen darstellen. Das eine ist, wie es mit Europa aus meiner Sicht weitergeht und welche Herausforderungen es eigentlich in dieser gesamten Diskussion in Europa gibt. Und das zweite ist eigentlich, dass ich mit Ihnen darüber sprechen will, was eigentlich die Mutter dieser Krisen ist, in der wir uns aktuell befinden. Also, ich möchte mit Ihnen über das Geldsystem sprechen, in dem wir uns aktuell befinden und was sich, würde ich sagen, finalisiert aktuell und was eigentlich eine Herausforderung ist und die sich eigentlich in dieser Diskussion dreht. Beginnen möchte ich mit der Situation in Europa. In der europäischen Auseinandersetzung aktuell geht es eigentlich weniger um eine Währung, um den Euro. und seine Schwächen, die es offenkundig gibt. Sondern in der Auseinandersetzung in Europa geht es um eine wesentlich andere Frage. Es geht nämlich um die Frage, welches politische Europa wollen wir eigentlich? Und da gibt es zwei Denkrichtungen oder zwei große Auseinandersetzungen. Die einen wollen ein politisches Europa als politische Union, als Bundesstaat, als Superstaat, der zentralistisch organisiert ist. Und das verbinden Sie mit Begriffen wie EFSF, ESM, Bankenunion und so weiter und so fort. All das, was Sie tagtäglich in der Zeitung lesen. Und diejenigen, die das wollen, die wissen, dass sie das auf demokratischem Wege nicht bekommen werden. Sondern, dass sie das eigentlich durch Fakten schaffen erreichen müssen. Also Sie wollen eigentlich die Krise, die wir jetzt im Geldsystem haben, die sich im Euro aktuell manifestiert, wollen Sie nutzen, um diese nächsten Integrationsschritte zu einem europäischen Superstaat quasi durch die kalte Küche, durch die Hintertür zu erreichen. Und es gibt dafür ganz mächtige Interessen, die genau das wollen. Aus ganz unterschiedlichen Denkrichtungen heraus. Die Kommission will das, also die Europäische Kommission will das und das Europäische Parlament will das. Weil beide wollen endlich eine richtige Regierung sein und sie wollen endlich ein richtiges Parlament sein. Und was gehört dazu, wenn man ein richtiges Parlament sein will und eine richtige Regierung sein will? Zwei Dinge. Man will Steuern erheben können und man will sich selbst verschulden können. Beides kann die europäische Ebene aktuell nicht. Sie kann sich nicht verschulden und sie kann keine eigene Steuer erheben. Ja, und da ist auch diese Finanzkrise eine willkommene Entwicklung. Deshalb ist die Kommission, aber auch das Parlament, beispielsweise für eine Finanztransaktionssteuer, also auf eine Steuer auf Finanztransaktionen, auf Finanzgeschäfte, eine Art Umsatzsteuer. Nicht, weil sie wissen oder nicht, weil sie glauben, dass damit künftig Finanzkrisen verhindert werden können. Nein, sie wollen endlich eine eigene Steuer haben, die sie in ihrer Höhe bemessen können. Da sagen jetzt zwar die Staats- und Regierungschefs, eine eigene Steuer sollen die nicht kriegen, aber der Kommissionsentwurf sagt damals vor, dass das eine eigene Steuer für die europäische Ebene sein soll. Also, sie wollen eine eigene Steuer haben. Und sie wollen auch sich selbst verschulden können. Auch das können sie aktuell faktisch nicht. Und deshalb sind sie für diese ganzen Schuldenschirme, die wir jetzt aufgebaut haben, weil sie darin eine Möglichkeit sehen, in die eigene Verschuldung der europäischen Ebene hineinzukommen. Dass da zumindest ein Spalt in der Tür auf ist. Und so wie die Kommission und das Parlament daran ein Interesse hat, an diesem Zentralismus, haben auch die Banken ein Interesse daran. Ich habe vorhin gehört, dass Herr Blessing heute hier ist im Nachbarraum. Gut, dass Sie hier diese Art der Veranstaltung heute Abend für sich gewählt haben. Ich glaube, auch die großen Banken haben ein Interesse an diesem Zentralismus. Denn Wettbewerb wollen die auch nicht so richtig. Also, der Wettbewerb vor Ort und das Retail-Geschäft mit Sparkassen, Volksbanken, das ist eigentlich ganz schön ärgerlich, dass die eigentlich die Marktführer vor Ort sind und die großen sich mit denen ständig streiten müssen. Und deshalb haben wir auch die Banken ein Interesse an diesem Prozess. Denn dieser Prozess bedeutet stärker Regulierung. Stärker Regulierung bedeutet Konzentration im Markt. Also, Regulierung bedeutet Bürokratie. Und Bürokratie bedeutet Aufwand für jedes Institut. Sie müssen zusätzliche Leute einstellen, für die sie keine Erträge generieren können oder wirtschaften können. Und wenn die Volksbank XY, die hier dörflich unterwegs ist, nicht nur an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht berichten muss, nicht nur an die Deutsche Bundesbank berichten muss, sondern künftig auch noch an eine europäische Behörde, Bankaufsicht berichten muss, dann müssen die noch jemanden einstellen. Und wenn die noch jemanden einstellen, der nichts erwirtschaftet, dann gibt es irgendwann zwei Möglichkeiten für die. Entweder sie stellen ihren Betrieb ein oder sie fusionieren. Ja, wenn sie fusionieren, dann werden sie halt noch größer und dann werden sie noch größer und noch größer. Und irgendwann sind sie halt dann systemrelevant. Und wenn es dann schief geht, dann können sie die Hand heben und sagen, die anderen sollen die Lasten tragen. Also, dieser Konzentrationsprozess ist von den großen Instituten zumindest ein gebilligter Prozess. Die kleinen Institute leiden darunter. Und es bedeutet am Ende eben weniger Markt, weniger Wettbewerb. Und das ist durchaus in diesem Interesse. Und sie wollen eben, weil sie überschuldet sind, alle großen Banken sind überschuldet, wollen sie letztendlich im Zweifel durch die Systemrelevanz ihre Lasten auf den Steuerzahler übertragen, wenn es schief geht. Auch daran haben sie ein Interesse. Ja, das ist ja der fortgesetzte Prozess, das heißt, dass eigentlich in Europa faktisch keine Bank mehr insolvent gehen kann. Ja, weil man immer sagt, ja, wenn eine Bank Leute geht oder ein Insolvent geht, dann bricht die Welt zusammen. Das ist ja das Grundpotenzial gegenüber dem Steuerzahler, gegenüber der Regierung in Europa. Die Banken und die Nehmerstaaten erpressen fortgesetzt eigentlich die Geberstaaten, faktisch eine Steuerzahlung und die Sparer und sagen, ja, wenn ihr uns nicht helft, dann bricht alles zusammen. Also die haben durchaus ein Interesse an dieser Größe. Und die Nehmerstaaten in Europa haben auch ein Interesse daran. Ja, es ist für die Politik immer einfach zu sagen, wir wollen nicht selbst, unseren Wählern, unserer Bevölkerung sagen, was notwendig ist, ja, welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden müssen, welche Kürzungen ergriffen werden müssen, sondern es ist viel einfacher zu sagen, wir überheben das auf eine nächsthöhere Ebene. Ja, es ist auch für die Regierungschefs der Nehmerstaaten einfacher vor Ort zu verkaufen, wenn sie nach Brüssel gefahren sind zum Europäischen Rat, sich irgendetwas haben abhandeln lassen und sie dann nach Hause gefahren sind und anschließend die Schuld eigentlich nicht selbst verantworten müssen, sondern sagen, ja, die Brüsseler waren es, die Troika war es, die Frau Merkel war es, aber man war es nicht selbst. Das heißt, auch die haben ein Interesse daran, dass das entsprechend sozialisiert wird, auch dass dieser Konzentrationsprozess dann stattfindet. Nur es gibt eine Gruppe, die daran kein Interesse haben kann. Das sind wir. Das ist der Steuerzahler, das ist der Sparer, denn das ist die andere Seite der Medaille. Die Medaille, die andere Seite der Medaille bedeutet, dass es jemand bezahlen muss, ja. Wenn es nicht diejenigen bezahlen, die die Risiken eingegangen sind, ja, die dann anschließend haften, wenn es schief geht, und die Verantwortung übernehmen, wenn die es nicht sind, ja, muss es ein anderer tragen. Ja, es verschwindet ja nicht einfach in nichts, sondern es gibt welche, die das bezahlen müssen und das sind dann alternativ eben alle anderen. Also der Steuerzahler und der Sparer. Und das findet ja auch schon faktisch statt. Es werden Risiken, Haftungsrisiken aufgebaut. Es findet schon eine kalte Enteignung des Sparers über Repressionen statt. Ja, wir werden alle in Finanzprodukte mehr oder weniger hineingedrängt. In Lebensversicherungen, in Versorgungswerke, für die freien Berufe, in betriebliche Altersvorsorge. Ja, und wo legen diese Institute oder diese Einrichtungen ihr Geld an? Ja, in die Schulden Europas. Und da wir aktuell eine negative Realverzinsung von knapp 2% haben, findet, ja, die kalte Enteignung des Sparers eigentlich sukzessive statt. Wenn das 20 Jahre anhält, ja, dann haben diejenigen, die dort einsparen, ein Drittel weniger. Ja, wenn es nicht 2% sind, sondern minus 10%, ja, das sind 97%. Und irgendwo oder dazwischen wird es liegen. Das ist auch ausgemacht, dass es so passieren wird. Denn wenn man alles rettet in Europa, wenn man das Haftungsprinzip nicht durchsetzt, dass derjenige der Risiken eigentlich auch haftet und die Verantwortung übernimmt, ja gut, dann muss es im Zweifel ein anderer tun. Und dann ist eben der Weg über die kalte Enteignung, ja, der Weg, der beschritten wird. Ja, der klingt erstmal einfacher, aber der ist natürlich viel, viel fataler. Ich habe vor einem Dreivierteljahr für meine Tochter und meinen Sohn ein Sparbuch eröffnet bei der Sparkasse bei mir vor Ort, weil irgendwann die Sparbüren überquollen, weil der Opa immer Geld schickt und dann die 10 oder 20 Euro da reingeworben werden. Irgendwann quillt das dann über und dann haben wir uns überlegt, wie man das so macht, jetzt muss man ein Sparbuch eröffnen. Dann bin ich zur Sparkasse mit meinen beiden Kindern gefahren und dann sagte die Sparkasse-Angestellte, ob ich für meine beiden Kinder einen Freistellungsauftrag oder ob ich einen Freistellungsauftrag haben möchte für meine beiden Kinder. Und dann habe ich kurz gezögert und habe eine Gegenfrage gestellt, nämlich, was es denn an Zinsen gibt? Und dann sagte sie, 0,25%. Und dann habe ich kurz gezögert und habe gesagt, lassen Sie mal, das brauchen wir nicht. Und diese Geschichte habe ich neulich auch jemandem erzählt, der bei der Sparkasse arbeitete vor wenigen Wochen, der sagte mir, das war noch ein guter Zinssatz, freundlich, 0,1%. Was ich damit sagen will, ist, dass meine Kinder schon als Kinder lernen, dass sie Sparen nicht mehr lohnt. Dass es viel schlauer ist, das Geld auszugeben, noch mehr Süßigkeiten, noch mehr Puppen, noch mehr Bayern München Quartetts und was weiß ich. Das ist viel, viel attraktiver, als das Geld irgendwie zur Bank zu bringen. Und das pflanzt sich in eine ganze Generation hinein. Das ist eigentlich eine dramatische Entwicklung. Das ist nicht nur eine dramatische Entwicklung für meine Kinder, sondern das ist eine dramatische Entwicklung für alle Altersvorsorgesysteme in Deutschland. Die betriebliche Altersvorsorge, die klassische Altersvorsorge, die Lebenversicherung. Das ist alles eine Frage der Zeit, bis das unter diesem Zinsniveau kollabiert. Das ist eine Frage der Zeit. Man drückt das jetzt ein bisschen weg und erlaubt denen, irgendwelche Bilanzierungsspielräume zu nutzen, was weiß ich. Aber wenn die Niedrigzinspolitik der EZB dauerhaft anhält, was sie auf sich erstmal tut, dann kriegen die alle Probleme. Und nicht nur das, sondern auch die Unternehmen kriegen Probleme in der realen Wirtschaft. Denn diese Altersvorsorgesysteme sind von ihnen garantiert. Und da werden finanzielle Lasten auf die Unternehmen zukommen, die sich dann gewaschen haben. Aber nicht nur das, sondern es führt auch eben zu einem falschen Investitionsverhalten. Wenn Sie heute eben eine Immobilie finanzieren und Sie zahlen nur noch 1 oder 2% Zinsen, dann können Sie natürlich viel, viel mehr Immobilie leisten, als Sie das unter einem natürlichen Zins, der vielleicht bei 5, 6, 7% historisch liegt, leisten könnten. Und das führt eben dazu, dass eben nicht nur die Immobilien, die Häuselbauer über ihre Verhältnisse dann vielleicht investieren, sondern dass eben in der realen Wirtschaft genauso passiert. Dass eben nicht mehr Eigenkapitalbildung im Vordergrund steht, sondern eben die Fremdfinanzierung eben im Zweifel das Attraktivere ist. Und das führt zu einer Veränderung der Wirtschaftsstruktur. Das heißt, das, was hier stattfindet, die Beteiligung des Sparers, die findet schon sukzessive statt. Und die hat eben mittelfristig sehr verheerende Auswirkungen. Aber das ist nur die eine Seite dieser europäischen Schieflage, die wir erleben, dass wir eben Staaten und Banken nicht mehr insolvent gehen lassen können oder wollen, sondern es ist eben auch ein fortgesetzter Rechtsbruch in Europa stattfindet. Nicht nur ein fortgesetzter, sondern es ist ein kollektiver Rechtsbruch. Alle haben sich in Europa auf Verträge geeinigt, aber keiner hält sich dran. Wir haben lange als Liberale gesagt, die anderen waren es, die Rot-Grün waren es. Schröder-Fischer damals, 2004, als die Maastricht-Därmen gebrochen wurden, haben letztendlich die Regeln verändert, alles richtig, alles korrekt. Im Mai 2010 waren es wir aber, die am Ende der Nicht-Beistandsklausel, dass eben keiner von Schulden eines anderen Landes haftet oder von diesen Schulden eintritt, faktisch gebrochen haben. Und dieser Dammbruch, der bei Griechenland begann, naja, der vollzieht sich jetzt wie ein Domino-Effekt eigentlich immer stärker weiter. Es fallen immer mehr Steine, weil man es einmal gemacht hat. Es ist im Kern eine Veränderung der Währungsverfassung in Europa. Ja, es ist nicht mehr, naja, nach deutschem Vorbild gemachte Euro, ja, mit der Unabhängigkeit der Notenbank, ja, mit ihrer Preisstabilitätspolitik. Ja, das ist nicht mehr der Konsens oder der Haushaltsdisziplin in den Verträgen, sondern das ist alles weg. Das ist bewusst weggewischt worden. Es gibt ja auch jetzt schon die Geschichten, wie, oder die FAZ hat diesen Teil beschrieben, wie eigentlich die Nacht des 8. Mai abgelaufen ist, oder der Tag des 8. Mai abgelaufen ist, als Harko sie damals Vorgespräche mit den südeuropäischen Ländern geführt hat, um letztendlich das zu erreichen, was er dann auch erreicht hat, nämlich das Schleifen der Notenbank und gleichzeitig das Brechen der Nicht-Beistandsklausel. Das war ein gewollter Prozess, ja, und der ist aber nicht demokratisch beschlossen worden, durch Vertragsänderungen, ja, sondern der ist hinterherum gemacht worden, sind Fakten geschaffen worden, über die man nicht mehr zurück kann. So, und jetzt glauben wir eben, naja, dass wir durch neue Regeln es diesmal besser machen, dass einfach die Regeln falsch waren in der Vergangenheit. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube auch, die neuen Regeln werden nicht funktionieren. Sie sollen auch nicht funktionieren. Denn das, was der Preis der anderen war, für die Zustimmung Deutschlands zum europäischen Stabilitätsmechanismus, also zum dauerhaften Rettungsschirm, den wir im Herbst letzten Jahres verabschiedet haben, war, dass sie in ihre Verfassung eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild schreiben. Ja, also die deutsche Schuldenbremse lautet ja sinngemäß, dass ab dem Jahre 2020 Bund, Länder und die Sozialdemokratie keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Ja, und jetzt muss man ja fragen, wird das funktionieren? Kann man schon mal ein Fragezeichen machen. Also, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, die jetzt, sie haben ja auch eine rot-grüne und eine grün-rote Regierung hier sogar. Ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da macht Frau Kraft eine vorausschauende Sozialpolitik, die gibt jetzt das Geld aus, in der Hoffnung, dass irgendwann mal die Erträge daraus erwirtschaftet werden. Ein Modell der 70er Jahre, das da schon nicht funktioniert hat. Sei es drum, ja, da will ich nicht zu sehr parteipolitisch hier werden. Ja, aber es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten unserer Schuldenbremse und deshalb kann man durchaus auch in Fragezeichen machen, ob sie diesmal funktioniert. Denn sie hat in der Vergangenheit ja auch nicht funktioniert. Wir hatten ja vor 2009 ja auch eine Schuldenbremse, die sinngemäß lautete, dass die Neuverschuldung die Investition des Staates nicht überschreiten darf. Und sie hat nie funktioniert, ja, sie ist immer gebrochen worden. Und das war ja der Grund, weshalb man dann auch eine neue gemacht hat. Die Frage ist ja, wie sind wir eigentlich auf eine neue Schuldenbremse damals gekommen? Ja, wir haben damals geguckt in Europa, wer macht es besonders gut? Also wer hat eine niedrige Verschuldung, ja, wer hat hohen Nullstand, ja, wer ist einfach attraktiv? Und da kam auch die Schweiz. Die Schweiz hatte das, ja, die haben keine Arbeitslosigkeit, keine Staatstätigkeit, hohen Nullstand ist attraktiv für qualifizierte Zubwanderung. Also das ist eigentlich das Muster dann in Europa. Und da hat man gesagt, jetzt schauen wir mal in die Verfassung der Schweiz, was die für eine Schuldenbremse haben. Da hat man dann reingeguckt und da gesagt, ja, die nehmen wir. Und dann hat man die übernommen und glaubt jetzt eben, dass das funktioniert. Man hat aber letztendlich vergessen, dass die Schuldenbremse der Schweiz nicht am Anfang eines Prozesses starnt, sondern am Ende eines Prozesses. Die Schweiz ist nicht wegen ihrer Schuldenbremse so erfolgreich wie, ja, fast kein anderes Land in Europa, sondern die Schuldenbremse war das abschließende Ergebnis eines Prozesses, einer gesellschaftlichen Übereinkunft, wie man den Staat organisiert. Ja, denn die Schweiz hat keine natürlichen Voraussetzungen eigentlich, dass es denen besser geht als vielen Ländern in Europa und in dieser Welt. Ja, sie haben ganz hohe Berge, sie haben ganz tiefe Täler, sie haben keine Rohstoffe, sie haben schlechte Böden, sie haben eigentlich nichts, was sie befähigt, besser zu sein als andere. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube genau, das ist der Grund, wieso es denen besser geht. Weil es ihnen von ihren natürlichen Voraussetzungen her eben nicht so einfach fällt, etwas zu investieren oder nach dem Zentralstaat zu rufen, sondern das hat in der Geschichte, diese natürlichen Voraussetzungen haben in der Geschichte dazu geführt, dass man sich in der Familie organisieren musste, im Dorf, in der Stadt, im Kanton, dass man eben nicht nach dem Zentralstaat gerufen hat. Das hat ein Wettbewerbsföderalismus mit unterschiedlichen Steuersätzen, das hat eine Nicht-Beistandsklausel der Schweiz hervorgebracht, da kann ein Kanton oder eine Stadt pleite gehen, ohne dass der Zentralstaat einspringt. Das haben die auch gemacht, in Leukerbad beispielsweise, eine Kommune, die irgendwann mal pleite ging. Ja, da haben dann die Gläubige auch gegenüber dem Kanton und dem Zentralstaat auf Erfüllung geklagt und hat das oberste Gericht der Schweiz entschieden, nee, ist nicht. Ja, und seitdem ist klar, dass jetzt in der Schweiz jede Ebene letztendlich für sich selbst haftet. Das war auch ein Ergebnis der direkten Demokratie, diese Dezentralität, dass man Entscheidungen dezentral trifft, ja, das hat die Politik entschleunigt, ja, das dauert viel, viel länger in der Schweiz, Entscheidungen herbeizuführen und das führt eben auch dazu, dass man länger nachdenken muss über Neuerungen. Also, diese Entwicklung in der Schweiz war eine kulturelle Entwicklung, die am Ende zu diesem Verfassungsartikel, zu dieser Schuldenbremse geführt hat. Und wir glauben in Deutschland jetzt, wo wir nicht so hohe Berge haben, wo wir bessere Böden haben, wo wir mehr Rohstoffe haben, wo wir nicht so tiefe Täler haben, dass das bei uns genauso übertragbar ist. Aber das ist nicht der Fall, das ist nicht übertragbar. Sondern unsere kulturelle Entwicklung ist beispielsweise geprägt von zwei Währungsreformen, die wir in der Geschichte hatten, ja, 1923 und 1948. Ja, da haben die Großeltern den Eltern erzählt, dass Inflation was Schlechtes ist und die Eltern haben das den Kindern erzählt und das hat eben im Kern eine ganze Gesellschaft geprägt. Und jetzt glauben wir, diese Prozesse könnten wir eigentlich erzwingen, durch große Umerziehungsmaßnahmen in Europa. Denn das ist ja das, was jetzt stattfindet. Wir glauben, wir könnten die Griechen zu guten Europäern machen, ja, zu Einheitseuropäern machen, indem wir denen sagen, wie eine ordentliche Verwaltung funktioniert, wie eine ordentliche Steuerverwaltung funktioniert, wie man Korruption abbaut, ja, aber das funktioniert halt nicht, wenn das nicht dort eingesehen wird, ja, dass es so nicht weitergeht, wenn der Erkenntnisgewinn nicht selbst stattfindet. Und dass es nicht funktioniert, kann man inzwischen belegen. Also im Mai 2010, als der Deutsche Bundestag erstmalig darüber abstimmte, da konnte man ja auch sagen, naja, wir haben noch keine Erkenntnisse darüber, wir wissen nicht, wie es ausgeht, jetzt probieren wir es mal. Ja, jetzt sind wir drei Jahre später, jetzt kann man schon, finde ich, empirisch auch belegen, dass das alles nicht funktioniert hat. Ja, dass diese Art der Planwirtschaft nicht funktioniert. Ja, denn die Plan, der Plan war ja ursprünglich, dass man Griechenland drei Jahre vom Markt nimmt, dann müssen die preußische Reform einleiten und dann werden die zu guten Europäer. Ja, das war der Plan. Also nicht 10 oder 20 Jahre, sondern drei Jahre. Das war das Versprechen. In drei Jahren sollen die einen strammen Konsolidierungskurs hinlegen und dann ist alles gut. Und dann haben sie einen Schuldenschnitt gemacht und so weiter, das kennen sie ja alles. Und im Frühjahr 2012 hieß es, der Plan funktioniert nicht. Und was macht man in einer Planwirtschaft, wenn der Plan nicht funktioniert? Man macht einen neuen Plan. Man detailliert so einen Plan. Ja, man gibt ihnen eine Zeit. Aus einem Drei-Jahres-Plan ist ein Zehn-Jahres-Plan geworden. Und dann hat man gesagt, ja, wenn man jetzt einen Zehn-Jahres-Plan bis zum Jahr 2020, muss Griechenland eine tragfähige Verschuldung haben. Und dann haben wir überlegt, was ist eine tragfähige Verschuldung? Dann hat man in Europa rumgeguckt, wer kommt einigermaßen zurecht. Da kam man auf Italien. Italien hatte zum damaligen Zeitpunkt eine gesamtstaatliche Verschuldung von 120 Prozent zu seiner Wirtschaftsleistung, inzwischen ins Meer. Und dann haben wir gesagt, wenn die Italiener das schaffen, dann schaffen die Griechen das auch. Und dann haben wir rumgerechnet mit diesem Plan und haben einen Strich drunter gezogen. Und dann kam man fast auf 120 Prozent, aber nicht ganz im Jahre 2020, sondern nur auf 120,5 Prozent. Und dann haben wir gesagt, ja, die Griechen war fünf Prozent, ist auch egal. Also, da drücken wir mal ein Auge zu. Und dann ist man in die Arbeit gegangen, hat alles beschlossen. Und dann hat man aber, ja, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn irgendwann haben die Griechen für sich entschieden, wir lösen jetzt mal das Parlament auf und wir wählen neu. Denn diese Regierung funktioniert nicht und deshalb brauchen wir eine neue Regierung. Und dann haben die ein halbes Jahr Wahlkampf gemacht. Und dann haben wir im Herbst 2012 festgestellt, es funktioniert nicht. Der Plan funktioniert nicht. Und wenn ein Plan nicht funktioniert, was macht man dann? Einen neuen Plan. Genau das hat man gemacht. Denn Griechenland sollte dann im Jahr 2020 über 140 Prozent Verschuldung haben. Und da haben wir gesagt, nach den eigenen Regeln, das ist nicht tragfähig. Und deshalb brauchen wir einen neuen Plan. Wir brauchen mehr Zeit, der Plan muss detaillierter sein und so weiter und so fort. Und den haben wir dann auch beschlossen. Und es kam dann, oh Wunder, heraus, unterm Strich, dass im Jahr 2022 Griechenland 110 Prozent Verschuldung hat. Man hat das einfach definiert. Das ist ja eben in diesem ganzen Prozess der Droika-Berichte und der Maßnahmen, die die vereinbarten, ein Kern, nur ein Rechenspiel. Da werden die Wachstumsraten nach oben angepasst. Und die entsprechenden Sparmaßnahmen werden auch angepasst oder entsprechend angenommen. Wenn sich dann die Konjunktur etwas anders verhält, als die Planer das wollen, dann funktioniert natürlich alles nicht. Und genau das ist der Fall. Kein Mensch kann auf zehn Jahre oder noch länger Steuereinnahmen oder irgendwelche Wirtschaftswachstumszahlen annehmen, weiß kein Mensch. Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, was geben sich die Wirtschaftsweisen jedes Jahr für Mühe, irgendwelche Prognosen für das folgende Jahr aufzustellen. Und die stimmen grundsätzlich nicht. Ja, grundsätzlich nicht. Und jetzt will man das auf zwanzig Jahre oder zehn Jahre in einem Land, sag ich mal, wo die Bürokratie noch weniger funktioniert als in diesem Land. Wie soll das da funktionieren? Also, es ist eigentlich nur, es ist gar nicht gewollt, dass es wirklich funktioniert. Ja, sondern am Ende ist das Ziel eben, ja, diese Länder verstärkt eben an die, ja, an die europäische Ebene zu binden, um den nächsten Integrationsschritt erzwingen zu können. Das ist das Ziel. Denn, das kann man ja auch sehen, die Schuldenschirme, die haben nicht dazu geführt, dass diese Brandmauer entsteht, die immer gesagt wurde, sondern das Gegenteil ist ja, hat ja stattgefunden. Immer mehr Länder rutschen unter den Schuldenschirmen. Ja, jetzt war es Griechenland, dann war es Irland, dann war es Portugal, dann war es Spanien, Mittelbau Italien, jetzt kommt Slowenien, ja, also, dass das irgendwelche, ja, dass das ein Stück weit geholfen hätte. Das kann man ja nicht ernsthaft behaupten. Daran sehen Sie, es ist eigentlich nicht gewollt, dass es funktioniert. Ich glaube, es kann auch nicht funktionieren. Denn, wenn keiner in diesen Ländern investiert, weder die eigene Bevölkerung, noch ausländische Investoren, in Griechenland, in Spanien, in Portugal, was weiß ich wo, investiert, dann kann man das weder durch geldpolitische Maßnahmen, noch durch Transfers irgendwelcher Schuldenschirme jemals kompensieren. Das funktioniert mal ein paar Jahre, aber auf Dauer wird das nicht funktionieren. Und deshalb gibt es eigentlich in dieser Währungsunion mittelbar nur zwei Möglichkeiten, wenn man ganz ehrlich ist. Entweder man schafft die Transferunion, ja, wo wir ja mittendrin stecken, aber wir schaffen sie dann unbegrenzt, ja, ohne Deckel, oder man akzeptiert, dass nicht alle da gut aufgehoben sind. Und ich glaube, dass die Transferunion auf Dauer nicht funktioniert, ja, weil es, wenn sich keiner an Regeln hält, dann wird irgendwann die Akzeptanz für diese Konzentration abnehmen. Entweder bei den Nehmerstaaten, denen wir dauerhaft sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Man stelle sich das mal in Deutschland vor. Irgendein Dritter würde uns von außen sagen, was wir im Deutschen Bundestag für Gesetze zu verabschieden haben. Und würde uns immer oberlehrerhaft sagen, ihr macht das nicht richtig, ihr seid eigentlich die totalen Lüser. Ja, das fällt mir ja nicht gut. Wir haben auch, glaube ich, wenn ich da so einen Geschiedsunterricht eigenermaßen mitbekommen habe, damit auch keine Lütenerfahrung macht. Das heißt, ich glaube nicht, dass das dauerhaft Akzeptanz findet. Ganz im Gegenteil, das führt eher zu Ressentiments in Europa. Und die kann man ja auch tagtäglich in den Zeitungen lesen. Das Zweite ist, dass irgendwann die Geberstaaten das auch nicht dauerhaft toll finden. Ja, da wird vielleicht nicht das Land östlich der Niederlande das Erste sein, das dann sagt, jetzt ist gut, wir machen das nicht mehr. Sondern es werden vielleicht andere Länder sein. Vielleicht die Finnen, die sich heute schon eigene Regeln aus erbeten haben, die werden dann vielleicht die Ersten sein, die sich nun verlassen. Aber dann wird das eben relativ unkondigiert passieren. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Gefahr, dass der Währungsraum einfach auseinanderbricht. Und das, finde ich, ist nicht besonders schlau. Sondern ich glaube, man muss eigentlich in der Eurozone, und das ist die andere Alternative, man muss den Euro als atmende Währung organisieren. Im ersten Schritt. Atmen, der Währung meint, dass es Ausstiegsmöglichkeiten geben muss. Man muss als Land aus der Eurozone ausscheiden können. Wenn man das will, wenn man es wirtschaftlich nicht hinkriegt, dann muss es möglich sein, aus der Europäischen Währungsunion auszusteigen. So wie es auch möglich ist, aus der Europäischen Union auszusteigen. Das haben wir sogar vertraglich vereinbart. Die Dritten werden darüber demnächst eine Abstimmung machen. Das ist ja so, wie man auch aus der LHG austreten kann. Muss ja auch möglich sein, aus einem Währungsraum auszusteigen. Ja, und nicht nur das, sondern es muss auch Ausstiegsmöglichkeiten geben. Wenn jemand dauerhaft gegen die Grundsätze der liberalen Hochschulgruppe verstößt, für den SDS-Kandidiert oder sowas, für die sozialistische deutsche Sprengenschaft oder wie hier heißt, und gleichzeitig nur Mitglied in der LHG ist, dann sagen sich die LHG da irgendwann mal, das wollen wir nicht mehr. Der verletzt unsere Solidarität. Der gefährdet unser Ganzes. Wenn sich rumspricht, dass der eine beim SDS ist und der andere beim RZS und der dritte, was weiß ich wo, bei den Grünen, dann funktioniert das nicht. Und so ist natürlich in einem Währungsraum auch. Wer dauerhaft die Regeln verletzt, die Solidarität aller gefährdet, ja, dauerhaft bei Röden über die Ampel fährt, ja, da muss es auch Möglichkeiten geben, dem zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch die beste Schulbremse im Übrigen. Ja, wenn die Neberstaaten austreten können, ja, also das unikiert auch, dass die Geberstaaten austreten können. Jetzt will ich nicht, dass Deutschland aus dem Euro ausschreit, nicht, dass sie mich falsch verstehen, aber allein die Drohung hätte schon disziplinierende Wirkung. Schon allein das hätte disziplinierende Wirkung. Aber allein das reicht nicht aus. Und dann komme ich zur Mutter der Krise. Denn das, was wir zurzeit erledigen mit dem Euro-Raum, ist ja eingebunden in die Mutter der Krisen, eben in die Krise unseres Geldsystems. Denn das, was wir an Überschuldungssituationen von Staaten und Banken in Europa haben, haben wir eigentlich weltweit. Ja, die Amerikaner, die amerikanischen Banken sind überschuldet. Die Japaner sind überschuldet, die japanischen Banken sind überschuldet. Entweder der Staat, die privaten Haushalte oder die Banken. Einer von beiden ist, oder alle drei sind entsprechend überschuldet. Beim Chinesen ist es nicht wesentlich anders. Ja, bei den Dritten ist es auch nicht anders. Das muss ich machen. So, und deshalb wird es vielleicht ganz schlau, mal zu betrachten, was ist eigentlich diese Ursache dieser Krise. Und ich glaube, und das ist meine Überzeugung, es liegt im Wesentlichen am Geldsystem. So wie wir das Geldsystem organisiert haben, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und deshalb erlauben Sie mir einen Blick in die zehn Jahre vor Ausbruch dieser Krise, die jetzt 2008, 2007 entsprechend ausgebrochen ist. Und da will ich beginnen mit dem Vereinigten Staat von Amerika, mit dem Jolla. Und da betrachten 98 bis 2008, also diese zehn Jahre betrachten. Damals ist in dieser Zeit die amerikanische Wirtschaft um 30 Prozent rund gewachsen. Das ist die schwarze Linie. Die Geldmenge, also das, was die Notenbank und die Banken an Geld produziert haben, ist in der kleinen Zeit um 130 Prozent gewachsen. Und das, was an Krediten von Banken vergeben wurde, das ist in der gleichen Zeit um knapp 150 Prozent gestiegen. Also in Amerika hat man mit immer mehr Kredit und damit Geld ja eigentlich ein überschaubares Wachstum geschaffen von 30 Prozent. Also man hat eigentlich mit Verschuldung ein Wirtschaftswachstum produziert. So, jetzt ist die Frage, sind alle Amerikaner gleichzeitig reich geworden? Ja, sind die durch dieses Mehr an Geld einfach Vermögende geworden? Nein, es sind die Vermögen geworden oder die haben davon profitiert, die das Geld zuerst verteilt haben. Das ist der Staat oder seine Notenbank und das sind die Banken, die das Geld produziert haben durch die Kreditvergabe. Denn Kredit ist nichts anderes als Geld. Ja, Geld wird geschaffen im Wesentlichen durch Kredit. Ja, dadurch, dass eine Bank ein Kredit vergibt, schafft sie Geld. Und das hat entsprechend ja, zu einer Entwicklung insbesondere in den Immobilienmärkten geführt. Die erleichterte Kreditvergabe, das niedrige Zinsniveau in Amerika hat dazu geführt, dass sie plötzlich Menschen Immobilien leisten konnten, wie sie das unter normalen Umständen nicht leisten konnten. Ja, die Preise dieser Immobilien sind aufgrund der Nachfrage gestiegen. Die Beleihungswerte, muss ich Ihnen sagen, was das ist, weiß jeder häusliche Bauer. Ja, also die Beleihungswerte dieser Immobilien sind entsprechend gestiegen, immer stärker gestiegen. Man konnte noch mehr Kredit aufnehmen, man konnte noch in den Urlaub fahren, man konnte noch ein Auto, ein Leimler kaufen. Ja, und aber irgendwann haben die Investoren gemerkt, dass diese Häuser doch noch aus Holz und nicht aus Stein sind, haben sich darauf zurückgezogen. Die Häuserpreise sind eingebrochen, dadurch auch die Beleihungswerte der Immobilien sind dann eingebrochen. Ja, die Investoren mussten ein Kapital nachschießen, was sie nicht hatten, waren pleite, sind gegangen. Ja, und in Amerika gibt es kein Meldesystem, da kann man schnell verschwinden. Man hat die Schlüsse bei der Bank abgeben, man haftet auch nur für seinen, ja, da gibt es keine Gesamtschuld oder keine Haftung, was die Immobilienkredite betrifft. Man konnte das bei der Bank quasi abgeben und die Banken sind auf diesen Krediten quasi sitzen geblieben, die Werte auf der anderen Seite sind eingebrochen. Ja, das heißt, die Kredite waren notleidend und wenn Kredite notleidend sind, müssen sie irgendwann mal von der Bank abgeschrieben werden, also wertberichtigt werden und wenn sie wertberichtigt werden, geht das auf deren Einkapital und eins am Banken nicht. Einkapital. So, und deshalb waren sie pleite. Und weil sie pleite waren und sie dann noch ein bisschen rausgezögert haben, fusioniert haben, Sie erinnern sich, ja, haben sie am Ende gesagt, wir sind systemrelevant, wir müssen uns helfen, Staat, Notenbank, ja, und das haben sie auch gemacht. Das heißt, das, was eigentlich zur Gesundung hätte beigetragen, dass die unwirtschaftlichen Investitionen eigentlich bereinigt werden, ja, dass das, was auf Sand gebaut war, sich bereinigt, das wollte man nicht zulassen und deshalb hat der Staat interveniert, die Notenbank interveniert und man glaubt jetzt, man könnte das Problem aussitzen, ja, irgendwann erholen sich die Immobilienpreise wieder und dann ist alles wieder gut, ja, und deshalb hat man die Zinsen noch stärker reduziert, hat noch mehr interveniert, Notbanken haben noch mehr Immobilienkredite, Staatsanleihen des Staates gekauft, in der Hoffnung, ja, dass irgendwann die Wirtschaft wieder anspringt und das Ganze sich von alleine löst. Das ist im Übrigen auch die Grundannahme der Euro-Retter, ja, sie glauben, durch Zeitgewinn und Reformen in diesen Ländern Wirtschaftswachstum zu schaffen, damit Steuereinnahmen entstehen und anschließend, ja, also Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Sozialverhältnisbeiträge generiert werden und dadurch die Verschuldung abgebaut werden kann. Ja, und das glaube ich halt nicht. Das ist die grundsätzliche, was machen wir es nicht, falsche Annahme, die nicht eintreten wird. Und deshalb halte ich diese Maßnahmen auch alle für falsch. Denn wenn in einer guten Phase, die diese Jahre sicherlich waren für Amerika, wenn da schon das Ganze über Kredit und Schulden finanziert wird, ja, dann ist es in einer schlechten Phase, ist ja nahezu unmöglich, das anders zu machen. Das heißt, da herauszuwachsen, ist nahezu, oder ist unmöglich. Das wird nicht funktionieren. So, deshalb ist die Frage, haben wir es besser gemacht? Und dann, wo geht das? noch? Noch? Ja, noch. Habe ich falsch gemacht? Oder? Ach so, ja, gut. Ja, ich bin selbst rentiert, weil ich dann immer feststelle, dass das, doch eine andere Folie ist, nicht die gleiche, das ist der Euro-Raum. Und im Euro-Raum, sieht das durchaus ähnlich aus, wenn Sie das Bild sehen. Die Wirtschaft ist um 20% gestiegen, die unterste Linie, die rote Linie, ist das Geldmengenwachstum, das ist um 126% gestiegen und das Kreditmengenwachstum ist um 160% gestiegen. Das heißt, wir haben die gleiche Ursache der Krise und wir haben auch die gleichen Symptome der Krise. Ja, die Ursache ist das Kreditwachstum, das Geldmengenwachstum in dieser Phase und die Symptome der Krise sind genauso wie überall auf dieser Welt im Wesentlichen in den Immobiliensektor zu suchen. Ja, diese Kredit und Geld, diese Kredite sind alle in Immobilien letztendlich investiert worden und da sind Blasen entstanden in Spanien, in Niederlande, in Frankreich, überall haben wir Immobilienblasen, die sich jetzt korrigieren wollen, wo Banken das finanziert haben und quasi auch diesen kaputten Kredit sitzen und die abschreiben müssen und dadurch pleite sind. Und jetzt macht man das gleiche wie in Amerika auch, man kauft diese Kredite auf, garantiert sie, was weiß ich, die EZB springt ein, die Rettungsschirme springen ein und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wir haben das gleiche, die gleichen Ursachen und die gleichen Symptome dieser Krise und wir glauben jetzt eben das dadurch lösen zu können. Und ich glaube, man kann das nur dadurch lösen, indem man das da geschehen lässt, wo es noch sinnvoll ist, es abzufangen oder wo es noch sinnvoll ist, dass es ohne breite Verwerfung tatsächlich passieren kann. Zum Beispiel Zypern. Zypern ist eine halbe Insel, 800.000 Einwohner, die größte Bank ist kleiner als die Hamburger Sparkasse. Da kann man nicht ernsthaft behaupten, das hätte Folgen für den gesamten Währungsraum, wenn Minibanken dort insolvent gehen. Ja, die können auch nicht einfach abhauen. das ist viel zu machen. Aber genau das war der Anspruch ursprünglich. Man hat nämlich gesagt, mit dem ESM und auch davor, dass der Währungsraum als Ganzes gesichert werden muss. Dass nicht Staaten herausgeboxt werden, sondern dass die Währung als Ganzes gesichert wird. Und deshalb ist Zypern auch der Beweis dafür, dass man was ganz anderes will. dass man letztendlich diesen europäischen Superstaat durch die Hintertür schaffen will. Das ist der Beweis dafür. Weil hätte man das nicht gemacht, dann wäre Zypern letztendlich mittelbaus im Währungsraum ausgestiegen. Dann wäre das Krönungsprojekt für die Rettungseuropäer zumindest gescheitert. Und das wollte man nicht. Und deshalb wird man alles retten. Das ist der Beweis. Zypern ist der Beweis, man wird alles retten. Man wird alle Schulden in Europa sozialisieren. Das ist der Beweis dafür. Denn wenn man Zypern nicht pleite gehen lässt, wenn man die Gläubige an Zypern nicht umfassend beteiligt, naja, dann gibt es keinen Grund. Dann muss man das bei jedem Land in Europa tun. Wenn man beim Kleinsten schon das macht, muss man es bei jedem Land tun. Und genauso wird es auch geschehen. Das ist meine Befürchtung. Und ich glaube aber, das wird auf Dauer nicht gut gehen können, denn die Probleme werden zunehmen. Die werden zunehmen. Denn das, was jetzt hier passiert mit der Geldmengenausweitung, mit der Kreditmengenausweitung, das ist das, was das Lösungsrezept derer ist, die an das Ganze herangehen. Sie sagen eben, wir müssen jetzt noch mehr Kredit vergeben, wir müssen die Zinsen noch billiger machen. Und Sie glauben eben darüber, herauswachsen zu können. Nur man kann hier nicht herauswachsen. Das Kernproblem hier ist, dass das, was Sie sparen, für Bank bringen, und meine Kinder auf Sparbuch bringen, dass das nicht das ist, was Banken an Kredit vergeben. Sondern die Banken haben die Möglichkeit, in unserem Geldsystem, aus dem, was Sie sparen, zur Bank bringen, ein Vielfaches an Kredit zu produzieren. Das nennt man Geldschöpfung. Ja, Schätzungen gehen 50 bis zum 100-fachen dessen, was an Einlagen da sind, können eben als Kredit vergeben werden. Und das wird mittelbar gesteuert durch die Notenbank, durch ihre Zinspolitik. Je niedriger Zinsen sind, je niedriger die Mindestreserve ist, die bei der Zentralbank hinterlegt werden muss, umso eher gibt es eben einen Geldschöpfungsmultiplikator. Und der führt letztendlich dazu, dass eben immer wieder Blasen entstehen, Investitionsblasen entstehen, die sich dann korrigieren wollen. Und da der Staat immer wieder dann einschreitet, führt das dazu, dass die Blase immer größer wird. Und deshalb bin ich ein Freund der, die sagen, ja, wir müssen eigentlich zu einem anderen Geldsystem kommen. Es nützt nichts, wenn man jetzt, sage ich mal, zurück zu D-Mark geht oder wieder entsprechend zu einem Goldstandard oder sowas zurückkehrt. Wie sie sich auch ihre Berechtigung hatten. Aber die Übergangsprobleme sind eigentlich unlösbar. Wenn Sie heute zur D-Mark zurückgehen, haben Sie riesige Aufwertungs- und Abwertungsproblematiken. Wenn Sie zum Gold zurückgehen, haben Sie das Gleiche auch. Dann haben Sie letztendlich auch unheimliche Aufwertungs- und Abwertungsprobleme, die Sie eigentlich nicht in den Griff kriegen können. Und deshalb sind solche fundamentalen Veränderungen auch immer nur nach grundsätzlichen neuen Weichenstellungen möglich gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und deshalb, glaube ich, ist das kein Weg, keine Lösung. auch in der Geschichte sind es auch nicht nachhaltige Lösungen gewesen. Denn immer dann, wenn der Staat Probleme hat, hat er was gemacht, hat den Anker wieder verlassen, hat das Gold, die Golddeckung wieder aufgegeben, musste seine Kriege finanzieren, musste seine Probleme lösen. Wenn das immer einseitig vom Staat entschieden werden kann, ist er jedes Mal in der Lage, das zu verändern, wenn er in Not ist. Wenn die gesellschaftliche Stimmung da ist oder anders. Und deshalb meine ich, im Sinne von Friedrich, August und Hayek, dessen Idee ich da sehr faszinierend finde, ist, dass man das, was man sonst in der Marktwirtschaft eigentlich durchaus als Allgemeingut erkennt, nämlich den Wettbewerbsgedanken, dass man den eigentlich auf das Geldsystem übertragen muss. Dass man im Kern auch anderes Geld zulassen muss. In unserem Geldsystem ist es so, dass nur der Staat definiert, was gesetzliches Zahlungsmittel ist. Nur der Staat kann Geld definieren, was Geld ist, kann in Kooperation mit den Banken Geld schaffen. Aber warum eigentlich? Warum muss das so sein? Warum kann nicht jeder von uns, der eine schlaue Idee hat, sagen, ich schaffe jetzt Geld. Ich definiere, was Geld ist und bringe das in Umlauf. Dann werden Sie sagen, das ist aber doch eine Idee, die schwer zu verdauen ist. Dann habe ich plötzlich eine Geldmünze in meinem Portemonnaie, sondern ich habe plötzlich 10. Und dann führt das dazu, dass Verwirrung herrscht, dass wir gar nicht mehr wissen, wie der Umrechnungskurs ist und so weiter und so fort. Das ist ein berechtigter Einwand. Und deshalb sollen diejenigen, die das als berechtigender Einwand empfinden, einfach beim alten Geld bleiben, beim staatlichen. Sollten das weiter benutzen. Sollen sie jedenfalls weiter enteignen lassen vom Staat. Durch die sukzessive Geldentwertung. Aber ich oder der das nicht will, sollten doch die Freiheit haben, das so zu machen, wie wir das für richtig empfinden. Und nicht nur wir, sondern wir sollten auch Geschäfte miteinander machen dürfen, mit unserem Geld. Und ich glaube, dadurch würde ein disziplinierender Faktor entstehen. Das wäre eigentlich ein kein revolutionärer Prozess, sondern es wäre eher ein evolutionischer Prozess. Es würde sich sukzessive eine neue Geldordnung herauskristallisieren. Denn wenn sie jederzeit, weil es kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr gibt, wenn sie jederzeit ihr Geld wechseln könnten in gutes Geld, die das jeden Tag machen könnten, naja, dann würde sich am Ende gutes Geld durchsetzen, weil kein Mensch will dauerhaft schlechtes Geld halten. Dann kann man sagen, naja, der Staat muss seine Lampen bezahlen, er muss Steuern einnehmen und so weiter, das wird dann sicherlich mit seinem Geld machen, ja, aber wenn er sich verschulden will, dann muss er attraktiv sein, dann muss er das Geld knapp halten, ja, und wenn sie jederzeit wechseln könnten, dann würde das automatisch den Druck auf den Staat erhöhen, gutes Geld zu produzieren, und das wäre die beste Schuldenbremse, die sie am Ende durchsetzen würde. Also, ich will keinen revolutionären Prozess, sondern einen evoluterischen Prozess, und ich glaube, das ist der einzige Weg, um letztendlich aus diesem Kollaps, dem drohenden Kollaps des Systems sukzessive herauszuwachsen. Denn eins ist klar, diese Geldsysteme, die ungedeckt waren, oder sind, die sind am Ende immer zusammengebrochen, weil es letztendlich eine Art Schneeballsystem ist, ja, aus ungedeckten Forderungen, die sich immer stärker hochschaukeln, und wie bei jedem Schneeballsystem sind die, die am Ende der Kette sind, immer die gelangweilen. Ja, und deshalb ist es entscheidend, dass wir zu einem anderen Geldsystem kommen, dass eben das Sparen, also der Konsumverzicht, und die Kreditvergabe durch eine Bank gegebenenfalls, dass das wieder in Einklang gebracht wird, ja, dass man nicht Geld beliebig aus dem Nichts schöpfen kann, ja, dass das Geld manipuliert werden kann durch den Staat, wie es ihm gerade passt. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende, jetzt werden Sie sagen, naja, gut, die 2-3% Inflation, die wir ebenfalls haben, das ist nicht so das Problem, ja, das mag so sein, aber bei der Altersvorsorge habe ich es Ihnen beschrieben vorhin, was das für Ausführungen hat. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir eben nicht nur 2-3% Inflation haben, sondern irgendwann wird sich das über die Rohstoffpreise und über anderes eben auch bei den Konsumgüterpreisen landen, und dann können Sie halt nicht ausweichen, dann sind Sie gefangen im Euro, Sie können nichts anderes, zumindest wenn Sie Otto-Normalverbraucher sind, können Sie nicht einfach wechseln in ein anderes System. Wenn Sie in Zimbabwe leben oder gelebt haben, ja, da waren Sie gefangen im Zimbabwe-Dollar, da konnten Sie nichts anderes machen, ja, da waren Sie gefangen in der Politik der Notenbanken oder der jeweiligen Notenbank. Ja, wir haben den Glauben, dass er Draghi im Turm in Frankfurt weiß, wie richtige Geldpolitik stattzufinden hat. Und richtige Geldpolitik meint im Sein-Unsinne, dass er die Wirtschaft mit ausreichend Geld versorgen kann, dass er im Kern weiß, wie die Wirtschaft morgen und übermorgen wächst. Woher soll er das wissen? Selbst wenn er schlau wäre, woher soll er das wissen? Er weiß das nicht. Ja? Er wird es nicht wissen können und das weiß kein Mensch. Und deshalb ist diese zentrale Planwirtschaft, die wir im Geldsystem haben, endlich. Sie wird auf Dauer nicht funktionieren. Und das wusste nicht nur ich, sondern das wusste auch Walter Eugen, der Gründerväter unserer sozialen Marktwirtschaft. Er war jetzt kein Anhänger meiner heilschen Geldtheorie. Aber dennoch hat er die Gefahren auch von inflationärem Geld nicht am eigenen Leid erfahren. Er hat selbst Währungsreformen, Währungszusammenbrüche seit seines Lebens auch erfahren müssen, 1923 und 1948. Und er hat dann im Krieg, in seinen Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch lehrt, aber ich finde, es ist durchaus lesenswert, seine Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, ja Grundprinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung beschrieben, wo auf der einen Seite das Haftungsprinzip besonders hervorgehoben wird, aber gleichzeitig auch eine nicht inflationäre Geldpolitik hervorgehoben wird. Er hat in diesem Buch der Grundsätze der Wirtschaftspolitik Lenin zitiert. Für die Jüngeren hier, dass ich nicht mehr daran erinnern kann, das war kein liberaler Professor, sondern das Gegenteil. Und dieser Lenin, der soll gesagt haben, nicht wirklich belegt, dass er das gesagt hat, aber heute hat das da geschrieben, er soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen vermüsten. Und ich finde, wir sollten als Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht selbst dazu beitragen, sondern jetzt anfangen, dagegen zu kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus